Ja, das Verrückte ist, dass die Szene im Zelt an einem ganz anderen Tag war. Genau, das war Kathi, die Zicke sozusagen. Es war auch so, dass wir im alten Schauspielhaus gar nicht überall drehen konnten, weil teilweise manche Räume auch nämlich in keinem guten Zustand waren. Muss ja auch ein kleiner Schockmoment sein, wenn man so sozusagen nach Hause kommt und da stehen irgendwie mal zehn Feuerwehrautos davor. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute geht es weiter mit der Reaction-Reihe auf die Schloss Einstein-Folgen und heute haben wir wieder einen tollen Gast. Hallo Maja. Hallo, freut mich, dass ich dabei sein darf. Wir schauen uns heute zuerst deine erste Folge an bei Schloss Einstein. Also ich habe da ein bisschen was zusammengeschnitten, die Szene, in denen du auch vorgekommen bist und ein bisschen die Storyline und ja, schauen wir einfach mal, was uns erwartet. Ich freue mich. Wann hast du das das letzte Mal geguckt, wenn ich fragen darf? Boah, ist ein bisschen länger her. Ja, ich glaube wahrscheinlich so zum Studiumsbeginn, weil dann irgendwie ein paar Kommilitonen gefragt haben, so hier können wir mal eine Folge zusammen gucken, aber das ist auch schon irgendwie wieder zwei Jahre her. Alles klar, dann gucken wir mal rein. Da bist du schon. Lustig. Habt ihr das extern, also extra dafür aufgenommen? Ja, das war nicht aus irgendeiner Folge. Genau, nee, also das war extra ein Drehtag nur für den Vorspann. War ein sehr schöner Drehtag, weil wir dann halt wirklich alle zusammen sind. Das ist ja wirklich selten, dass wirklich alle Darsteller zusammen am Set sind, außer beim Vorspann-Dreh. Okay, und da habt ihr dann auch mehrere Sachen versucht oder war relativ klar, was du machst, also dass du da diese Szene machst? Nee, das war eigentlich recht klar vorgeschrieben, was es da gibt, also beziehungsweise die Szenen wurden auch einzeln dann gedreht und das Schlussbild dann meistens am Ende dann alle zusammen und das gab es aber auch ein klares Drehbuch für. Okay. 96% der Leute, die meine Videos schauen, haben den Kanal noch nicht abonniert. Also, ihr würdet mich und meine Arbeit riesig unterstützen, wenn ihr einfach ganz schnell unten auf Abonnieren drückt. Das ist kostenlos und dauert zwei Sekunden. Dankeschön. Und das war später mal total genial. Regeln die Karte, Formeln und Daten, Fakten, Fakten, alles bis nicht raten, wie ein Riesenspeicher, den man flittern muss. Doch was muss, das muss, und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh nicht rein, aber auch bei mir zu Hause, in meinem Bett durchs Internet. Ja, das war dann das Schlussbild, was ihr zusammen gemacht habt, ne? Wahrscheinlich. Genau, das war das große Schlussbild. Ja, war ein sehr lustiger Tag auf jeden Fall. Aber es ist auch deutlich, also wir haben uns ja auch alte Folgen oder ältere Folgen noch angeguckt, es ist auch, man sieht deutlich, dass es deutlich moderner ist. Ja. Hey, pass doch auf. Warte, ich helfe dir. Lass dich nicht ärgern. Danke. Direkt ganz hilfsbereit. Ja, das ist lustig so zu sehen, weil das Verrückte ist, das war nicht nur die erste Folge, sondern damals auch wirklich mein aller, aller erster Drehtag. Okay. Deshalb, der ist mir auf jeden Fall sehr bewusst in Erinnerung geblieben, weil ich damals irgendwie an ein Set kam und das erste Mal in der Maske war und im Kostüm und alle neu kennengelernt habe. Ja, das so zu schauen, ist auf jeden Fall irgendwie echt schön. War wahrscheinlich auch, warst du wahrscheinlich auch aufgeregt dann an deinem ersten Drehtag, denke ich mal. Die Aufregung ging eigentlich, weil es war eigentlich eher so eine freudige Anspannung, würde ich sagen, weil das ganze Team war irgendwie super nett und ich habe mich einfach auch echt drauf gefreut, die Szenen jetzt auch endlich spielen zu dürfen. Ja, okay. Hi. Hi. Du bist doch noch hier, oder? Mhm. Dann greif mal hier rein und zieh deinen Paten. Nee, dir geht gar nicht. Komm dir das nochmal. Was bist du? Ich weiß doch nur gut. Kathi ist voll an... Zur Storyline. Ihr seid dann da hingekommen und also es war dann der Tag, wo ihr irgendwie alle neu ans Einstein kamen oder da kamen die neuen Schüler? Genau, also da sind die neuen Schüler dazugekommen, dann wurden Paten gezogen und ja, Kathi war sozusagen bekannt als die Einstein-Zicke, sage ich mal. Und ja, die beiden Jungs wollten das anscheinend mir als neue nicht zumuten. Okay. Und als Patin. Ich finde, sie sieht echt nett aus. Das täuscht. Wie wäre es, wenn ich einfach dein Patin werde? Ich glaube, er will eher nicht, dass du die Zicke nicht bekommst, sondern dass er dir... Das ist lustig, das jetzt so zu sehen, weil ich hatte die Szene überhaupt nicht mehr im Kopf, muss ich sagen. Ich weiß noch so meinen ersten Drehtag vom... Ja, insgesamt so wie es war irgendwie, aber wie genau die Szene war, wusste ich auch nicht mehr. Also lustig, so zu sehen. Er ist nicht so glücklich, glaube ich. Ja, kann man als Kompliment dann auffassen. Ja, genau. War das auch noch dann an deinem ersten Drehtag oder war das dann... Das war wahrscheinlich dann ein anderer Tag, oder? Genau, das war schon ein bisschen fortgeschritten. Was da auch für mich ein bisschen komisch irgendwie war, war, dass ich sozusagen dieses... Also das waren zwei unterschiedliche Drehorte. Das muss man einfach dazu sagen, dass es ja einmal das Schloss sozusagen gibt, was ja auch eigentlich eher nur so eine Attrappe ist, sage ich mal, und den Innenhof. Und dann die Schule, was halt im Studio auch war. Und ich kannte das Areal irgendwie noch gar nicht. Und alle anderen Darsteller waren da schon ganz anders vertraut mit. Und das war damals auch mein einziger Drehtag in dem alten Schlosshof sozusagen, weil ihr dann daraufhin das... Ja, genau, das Internat sozusagen umgezogen ist ins alte Schauspielhaus. Deshalb war das auch nur mal ein einziger Drehtag da vor Ort. Okay. Und ich glaube, es geht gleich auch noch ordentlich zur Sache da vor dem Dreh. Was macht ihr denn hier? Hat Dr. Barger euch keine klare Ansage gemacht? Herr Barger! Zech, ich bin der stellvertretende Direktor. Mein Kollege ist unterwegs, ich komme. Und ihr geht bitte wieder zurück. Wir wollen aber auch wissen, was los ist. Das ist schließlich unser Zuhause. Also gut, ihr wartet dort ins Zelt. Ich komme dann. Und ihr steht hier nicht so im Wege rum. Bitte, ja? Also die Feuerwehr sagt, das Gebäude darf bis auf weiteres nicht mehr betreten werden. Anscheinend ist eine Zwischendecke eingestürzt. Aber heute Morgen war doch noch alles in Ordnung. Tja. Meine ganzen Sachen sind da... Moment mal, es besteht akute Einsturzgefahr. Okay? Ihr bleibt alle hier. Ist das klar? Wo ist eigentlich Frau Rottbach? Frau Rottbach ist um diese Zeit im... im Internat. Aber das war groß aufgebaut, oder? Also mit den ganzen Feuerwehrautos und so. Ja, das Verrückte ist, dass die Szene im Zelt an einem ganz anderen Tag war und auch in einer ganz anderen Umgebung. Also das Zelt war damals, glaube ich, aufgebaut... Ich weiß gar nicht mehr, wo war das? Ich glaube, auf dem Egergelände oder so. Das war auf jeden Fall nicht mal in der Nähe vom Internat. Und wurde auch an einem ganz anderen Tag gedreht. Okay. Also das war eine ganz andere Szene, die ihr dann nachgedreht habt wahrscheinlich. Genau. Also, ja, wie es dann sozusagen beim Dreh einfach läuft, dass man die einen Szenen aneinandergeschnitten sieht, heißt überhaupt nicht, dass es ansatzweise am gleichen Tag gedreht wurde. Ja, lustig. Leute, die Feuerwehr sagt im Internat klingelt ein Telefon. Ich kümmere mich drum. Ihr bleibt alle hier drin. Ist das klar? Du siehst auch nicht so glücklich aus, dass sie da sitzen. Ja, ich meine, klar, für meine Rolle war es damals... Also sie hat sich sehr gefreut, aufs Internat zu kommen und war sehr happy da zu sein, Jule. Und dass da natürlich heißt, okay, hier sitzt ein Zwischendecker eingestürzt und völlig unklar ist, was überhaupt mit dem Internat passiert, ist natürlich in der Situation überhaupt nicht schön. Und jetzt wird Frau Rottbach vermisst oder wahrscheinlich... Okay. Das wird mir jetzt echt so doof. Ich gehe jetzt meine Sachen holen. Nicht dein Ernst! Frau Rottbach ist vielleicht da drin verschüttet und du hast nur deine blöden Sachen im Kopf? Frau Rottbach, das wusste ich nicht. Ja, weil du immer nur an dich selber denkst. Das stimmt doch überhaupt nicht. War das die, die du gezogen hattest? Genau, das war Kathi, die Zicke sozusagen. Und ja, genau, die beiden waren noch immer nicht gut aufeinander zu sprechen. Da gab es sehr viele Streits zwischen denen. Zuerst müssen die tragenden Wände stabilisieren. Herr Zerhecht! Nicht jetzt! Sehen Sie denn eine Chance, dass wir in naher Zukunft hier wie... Herr Zerhecht! Was gibt's denn? Frau Rottbach, siehst du, der muss eine Art... Jemand muss sie retten. Jetzt! Die Feuerwehr kümmert sich bereits darum. Macht dir bitte keine Sorgen. Kennen Sie sich da drinnen überhaupt aus? Hey! Was denn? Ich wohne schließlich da und kann es zeigen, Frau Rottbach, was sein könnte. Die Herrschaften von der Feuerwehr, die wissen ganz genau, was sie tun. Aber ich passe prima durch kleine Fenster. Weißt du, ob das echte Feuerwehrmänner waren oder waren das irgendwie... Also woher hattet ihr auch die Feuerwehrautos und sowas? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also die Feuerwehrautos natürlich waren mit Sicherheit echt. Generell kenne ich das aber von anderen Drehs so, dass es oft so ist, dass es wirklich echte sind. Also ich hatte ja auch mal einen Dreh für einen Krimi und da ging es auch darum, dass dann die Polizei kam und Krankenwagen, weil eine Leiche gefunden wurde und so. Und das waren auch wirklich alles echte Sanitäter dann. Also es ist schon oft so, dass es dann auch einfach übernommen wird. Okay. Wahrscheinlich auch, weil es dann irgendwie authentischer ist, oder? Genau, klar. Wenn man schon die Autos herschaffen muss, dann kann man auch gleich das Personal mitnehmen sozusagen. Dann können sie gleich mitkommen. Ich muss mal eine Gänge, wo andere vielleicht stecken bleiben. Du gehst jetzt rüber ins Zelt zu den anderen und lässt die Profis ihre Arbeit machen. Verstanden? Und ihr geht auch hin. Ja. 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 So, die Feuerwehr hat gesagt, sie kümmert sich. Ich besorge euch jetzt erstmal eine Notunterkunft und ihr bleibt alle hier drin, wie gesagt. Alle bleiben hier drin! Keine Spur von ihr, Frau Rottberg. Bachen, Frau Rottberg. Jedenfalls sieht es da drin ganz furchtbar aus. Und da kann jederzeit was runterkommen. Oh Gott. Das ist richtig dramatisch. Frau Rottberg? Und die Gegend hoch, Frau Rottberg? Aber sie muss da irgendwo drin sein. Können Sie die nochmal rein? Ja. Frau Rottberg. Frau Rottberg. Hallo, Frau Rottberg. Hallo, Frau Rottberg. Scheiße, ja. Beim Einkaufen gewesen. Ja. Und der andere ist jetzt, der Hank ist jetzt alleine da drin. Genau, ich habe auch gerade überlegt, wo das gedreht wurde. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass es vielleicht auch im alten Schauspielhaus in einer anderen Ecke war, weil es war auch so, dass wir im alten Schauspielhaus gar nicht überall drehen konnten, weil teilweise manche Räume auch nämlich in keinem guten Zustand waren. Deshalb frage ich mich gerade, ob sie es dann nicht vielleicht da die Szene gedreht haben. Aber, ähm, könnte ich jetzt auch nicht genau sagen. Okay. Was ist denn hier los? Frau Rottberg. Oh. Wir haben ja wirklich gedacht, sie wird Frau Rottberg. Lass uns mal drücken. Wir haben ja nicht gedacht, sie werden da jetzt nicht. Also, ich muss sie erbitten. Ich sage Berger und den anderen Bescheid, dass sie nicht verschüttet sind. Verschüttet? Sie weiß gar nicht, was passiert. Komplett planlos. Ein bisschen überfordert, dass er sie gerade hochgehoben hat, glaube ich. Muss ja auch ein kleiner Schockmoment sein, wenn man so sozusagen nach Hause kommt und da stehen irgendwie mal zehn Feuerwehrautos davor. Ja, auf jeden Fall. Warum sind sie? Unser Internat. Aber das ist ja furchtbar. In der Tat. Aber noch furchtbarer ist, dass ich mir vorstellen, wo Henk steckt. Ich hätte den anbinden müssen. Ein Helm und eine Jacke fehlen. Danke. Oh, oh. Oh Gott. Der ist jetzt da alleine reingegangen. Ja, ein kleiner Schockmoment, glaube ich, wie die Lehrer. Kann ich mir vorstellen. Frau Rottberg! Mein Fuß! Mein Fuß steckt fest! Hallo! Mein Fuß steckt fest! Hilfe! Sehr, sehr dramatisch. Also ich hatte es gar nicht mehr so dramatisch im Kopf, muss ich sagen. Weil ich, wie gesagt, bei dem Drehtag jetzt selbst nicht dabei war. Aber, hui. Ja. Ist schon, kommt sehr dramatisch rüber. Sieht aber auch irgendwie nicht nur nach einer zusammengebrochenen Decke aus, ist ja alles kaputt. Hilfe! Der Junge ist da drin, um mich zu retten. Das ist dumm. Ich fühle total krass, dass er sich das getraut hat. Eigentlich voll blöd, dass ich nicht da drauf gekommen bin. Es ist irre aufregend sein da drin. Ja, die hat immer nach einem anderen Abenteuer gesucht. Alle sind richtig verzweifelt und wollen, dass er rauskommt und sie will selber rein. Ja. Hilfe! Mein Fuß steckt fest! Hilfe! Hallo! Hilfe! Hallo! Ah, da bist du ja! Gott sei Dank. Komm, ich helfe dir da raus! Komm! Schatten wir! Komm, gib mir deine Hand! Du hattest recht. Ich bin hier wirklich kaum durchgekommen. Jetzt aber schnell raus hier. Komm! Gott, es fehlt. Ja. Ist krass gemacht. Aber echt. Ja. Da haben sie ihren Ausreißer. Na endlich. Sag mal, bist du wahnsinnig geworden? Immer wie er lacht. Ist ja gut, erzweig. Der Junge ist ein Held. Frau Röckbach? Ja. Wir sind gar nicht verschüttet. Ach, wie süß. War doch nichts weiter. Dieses war doch nichts weiter. Das hätte ganz anders ausgehen. Ja, jetzt ist er der gefeierte Held. Der fröhlichste Tag in meinem Leben. Ich war richtig cool da. Also, der war all... Für meinen Held des Tages. Danke. Ja, und was ist dann passiert? Überall hast du rumspunkt. Beide sind runtergestürzt. Die waren so dicht, meine Damen. So dicht. Ich hab einen Ausland gesucht, aber nicht gefunden. Ich hab Frau Röckbach gesucht, aber nicht gefunden. Ich hab mich hier rumgeregt. Der redet doch irgendwie lustig. Nichts. Er ist voll aufgegangen in seiner Rolle. Das ist auch immer schön zu sehen, wenn man die Darsteller ja dann auch sozusagen privat kennt und unabgesehen davon. Aber ja, es ist schön zu sehen, wie er gut das spielt. Gab es irgendwen, mit dem du besonders viel zu tun hattest? Gerade in der Staffel? In der Staffel eigentlich weniger, weil meine Rolle da auch einfach noch nicht so viel zu tun hatte, sage ich mal. In der zweiten Staffel hatte ich ja dann auch mehr Spielszenen und da hatte ich dann eigentlich am meisten zu tun mit Holly, also mit der Darstellerin von Olivia, weil wir auch einfach die meisten Szenen zusammen gespielt haben, weil unsere beiden Rollen ja dann beste Freunde waren. Hast du dann dort gewohnt in Erfurt oder wie war das? Genau, also ich bin damals extra nach Erfurt gezogen, weil ich ursprünglich aus Frankfurt komme. Ich hab zu dem Zeitpunkt dann gerade mein Abitur noch abgeschlossen und bin dann nach Erfurt in eine WG gezogen für die Zeit des Drehs. Cool. Ich bin rumgerochen. Meine ganze Hose ist jetzt dreckig. Aber dafür war es trotzdem wert. Wenn Frau Rottbach drin gewesen wäre, hätte ich sie auf jeden Fall geredet. Davon bin ich überzeugt. Ich hole uns am besten mal was zu trinken. Okay. Hallo. Hey. Hi. Das ist echt ein kleines Wunder, dass keinem von uns etwas passiert ist. Unterricht rettet Leben, könnte Bergers neues Motto werden. Hallo Frau Rottbach. Hallo. Hallo. Und wie geht es jetzt weiter? Irgendwo müssen wir doch wohnen, oder? Also wenn wir alle ein bisschen zusammenrücken, könnten wir vielleicht auch ein paar Leute in der WG unterbringen. Denkst du auch das, was ich denke? WG, wir beide? Dann hätte der Einstieg ja was Gutes. Und vielleicht können wir auch mitbestimmen, wie das Internat nach der Renovierung aussehen soll. Ja, macht Vorschläge. Ja, genau. Neue Möbel, ganz stylisch und weiß oder so. Ja, dann kann man die Hoffnung anscheinend schnell wieder finden. War noch direkt eine Einrichtungsidee. Also man merkt halt einfach, es war auch so angelegt bei der Rolle, dass meine Rolle, die Juli sich einfach sehr gefreut hat, da ins Internat zu kommen. Und ja, sie auch einfach schnell mitwirken wollte im ganzen Internatsleben. Ja, also die Freude spürt man auf jeden Fall. Definitiv. Oh krass, Jair sucht sich dein eigenes Lieblingsteil aus. Und ich bekomme eine Tischtennisblatt in mein Zimmer. Warum nicht vielleicht noch einen Kicker oder einen riesengroßen Fernseher? Unsere Sachen kommen! Ich habe eine schlechte Nachricht für euch. Ich komme gerade von der zweiten Besichtigung, bei der auch ein Sachverständiger anwesend war. Und leider sieht es dort schlimmer aus, als wir bisher befürchtet haben. Nicht nur die eingestürzte Zwischendecke ist vom Schwamm betroffen, sondern das ganze Gebäude. Und es ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Was? Das heißt, ihr könnt euch noch auf ein paar Tage Camping einstellen und dann brauchen wir was anderes. Also, setz euch mal wieder hin. Wir sagen euch dann Bescheid, dass es weitergeht. Oh Gott. Das war ein ordentlicher Schockmoment. Ja, ich glaube, bei der ganzen Folge muss man sich natürlich auch ein bisschen realistisch machen oder sich bewusst sein, dass es immer noch eine Serie ist und dass natürlich nicht alles hundertprozentig realistisch ist. Aber ich finde insgesamt, es ist eine sehr schön erzählte Geschichte. Absolut. Auch richtig gut gemacht mit dem Hank im Haus drin. Genau, bringt natürlich noch mal ein bisschen mehr Spannung mit rein. Genau. Alles klar, das war auch schon die erste Folge. Die erste Folge. Alles klar, das hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Wir sehen uns gleich noch mal zur nächsten und zur letzten Folge von dir wieder. Schauen wir mal, wie du dich entwickelt hast. Bin ich gespannt. In der Kombination so direkt hintereinander habe ich die auch noch nie gesehen. Also, ich glaube, wenn es euch da draußen gefallen hat, lasst doch gerne dem Video eine positive Bewertung da. Abonniert den Kanal und schaut unbedingt beim Instagram-Kanal von Maya vorbei. Alle mal abonnieren. Genau, und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020